und damit willkommen zurück zu einer neuen runde arg scorched earth heute auch wieder natürlich mit dem ollen stoiker aka blabarella hallo und noch ist er angezogen das wird sich gleich wieder ändern dann macht er sich wieder nackig die alte sau ist wieder klar willst du doch und hier ich habe gerade schon dem stoiker einiges erzählt weil ich habe natürlich zwischen den folgen wieder ein bisschen gelevelt also vor allen dingen habe ich diesmal damit wir mal ein bisschen was zeigen können und auch für den drachen feit oder so wie ich nennen haben wir ja habe ich mal ein bisschen die tiere hochgelevelt so also so insgesamt ich habe den ep multiplikator mal ein bisschen hoch gesetzt damit ich da nicht ewig dran bin und das kann man ja bei so einem dedizierten server ist das natürlich ganz einfach okay es ist vielleicht ein wenig geschmut ach quatsch ist gar nicht also ein bisschen beschleunigt ja einfach nur weil hier damit immer mal ein bisschen vorankommen und überhaupt und dann habe ich mal ja weil ich noch ein paar tapets gefangen habe und da hinten ist der große tor der schon bereit gelevelt ist für den drachen feit er hat eine geschwindigkeit von 350 und ich habe es auch schon getestet mit dem entkommen wir auf jeden fall den drachen mit einem 200er bin ich nicht entkommen der ist draufgegangen den ich auch schon mal zwischendurch geholt hatte da naja so und ansonsten was hatte ich dir was wollte ich dir gerade sagen ach so wir haben schon eine karotte und eine zitrone für das mantis taming zeug und jetzt wenn ich hier so gucke sieht der zitronenbaum doch mal ganz gut aus 20 zitronen hallöchen er trägt reichhaltig früchte aber keine karotte was das denn kein dünger mehr drin und nein vielleicht aus einem anderen was rausnehmen oder ich check mal eben was die komposthaufen sagen sagen gar nichts die sagen gar nichts ich hatte doch kacke reingetan ist doch ein bisschen wenig da muss mehr rein komm mal wir machen eine aktion du setzt dich jedes mal auf ein tier drück set springst weiter zum nächsten tier und ich sammle alles auf nicht dein ernst warte mal klar das geht ratzfatz eine super einleitung für die folge alles klar einmal einmal der riesen roundhouse schiss genau die pfleger das team was ist damit kackiert macht ein kacki so wir hatten ein bisschen dünger drin also entweder funktioniert das bei mir nicht oder ich hab z anders guck mal was da oben steht manchmal können die tiere nicht was muss ich schon wo bist du überhaupt weil ich müsste der der beim t-rex auf der anderen seite wo ist ein t-rex achte an die t-rex jaja genau aber direkt weiter zum nächsten setzt du dich doch einfach auf und mach das ja und du sammelst okay genau ach die haben gar keinen sattel nee du kannst natürlich nur die tiere mit sattel nehmen da geht auch nicht doch der hat gekackt ok hier liegt auch was hier ist auch kein sattel drauf könnten mal sack voll sattel wo bist du denn ein sack voll sattel jetzt im uhrzeigersinn gehe ich um ach so er geht im uhrzeigersinn um ja 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 da sehe ich nichts keiner von denen hatte wirklich bock hier mal ein zusammen und er ist wieder nackt abzulehtern ja wir können die vier schon wieder alle echt keiner von denen hatte gerade bock vielleicht weil der server hat es gestartet ist nein es geht auch das telefon sekunde mal kurz ja mach du noch mal kurz und katt hier ich habe rega bräger den generator alles klar so wir sind wieder da ich bin wieder da wie du renagiert was werf das war kaputt kein strom gehabt der ist einfach irgendwie schon zur hälfte angeschlagen 1000 hat er nur noch 500 energie und ich reparieren gerade ok stromlose automatische aktivierung ausschalten ich weiß gar nicht ich repariere ich musste wissen am ausmacht fehlendes material zur reparatur ach du machst das gerade ja ich habe ihn repariert und guck mal jetzt habe ich angeschaltet und jetzt geht es hoch ja sehr schön alles klar ich habe immer eben den techniker gemacht sehr schön so ich hoffe ich merke denkt daran das auszuschneiden sonst sieht man hier so ein standbild was hatte ich gerade erzählt was war hier gerade ach so wir waren eigentlich dabei die kackhaufen einzusammeln aber das auch ich habe mal ein bisschen gemacht hast du dem dingens mal hast du dem feld da was reingepackt ja wir haben narko bären auch schon 55 stück das ist schön und ach so ich hatte ja auch noch felder gepflanzt hat es die angelegt gebaut hast du hast ja noch nicht dann hole ich immer wo sind die im schrank die sind im schrank wo die ganzen im zweiten von links glaube ich da wo die ganzen bauelemente drinnen liegen ich hatte ja welche hingelegt und das passt vom platz nicht ich musste eins abreißen und so weiter vielleicht waren das die ja ich schütze mal auch das heißt wir brauchen welche ich glaube noch zwei mittelgroße oder so ich kann es allerdings nur testen ob da noch eins reinpasst ansonsten muss ich in der mitte noch kleiner machen was das sind für ein dämmlicher ich habe ein bug bei den bei den mörsern ich kann keine dings herstellen keine narkotik und so es wird mir nicht mehr angezeigt du musst die x13 wieder deinstallieren ich habe dir gesagt das ist nur ein fake du musst dir neu bauen du musst den mörser abreißen und neu ich baue jetzt auch sagen warum aber ja vielleicht ist es wenn ich mich das nächste mal den server starte wieder funktioniert es wieder oder nein nein hat was mit mods zu tun ich habe doch überhaupt keinen drin außer den stack mod beim letzten mal hatten wir den auch nicht drin und hat der fabrikator auch nicht funktioniert ich meine das liegt an den mods die irgendwas mit dem mörser zu tun haben mehr weiß ich nicht aber wo wir den fabrikator und so hatte ich kein mod warum man 9 und test es ab und sonst kannst du gerne mal den server neu starten aber ich glaube nicht dass es geht ich glaube dass es funktioniert aber ich habe jetzt keine lust alle sechs mörser abzubauen ich muss jetzt eh nichts machen ist egal so jedenfalls was wollen wir denn machen wir schreiten müssen auf den wolf rum den kannst du auch hochleveln und ich mache immer noch hier den stall sauber ach so ich habe übrigens auch also unser golem der läuft da noch irgendwo in der wüste rum ne aggro und so genau der hatte der hatte dingens dabei die ganz elektro schocker hatte der ja hier wo ich nochmal zeigen wir haben ja so elektro schocker damit kann man irgendwie tieren kennst du jackass täuben mit einmal einmal draufhalten was nein wieso also was doch klar kenne ich jackass was kippe mal ein ich zeig dir was nein besser du kannst den einfach mit die rolle kacke rum mitten auf dem weg wer die denn gemacht frage ich mich auch mal da oben da muss jemand auf dem stein stehen und dann will das von da oben runter oder ja endlich vielleicht ich packe auch noch mal ich habe noch drei köttel dabei die packe ich mal hier rein ich würde sagen wir nehmen mal den tor und gehen wir zur drachenschlucht ein ei holen gut ich weiß nicht ob wir uns ausziehen sollen oder vielleicht beim ersten mal ja die frage ist welche tiere nehmen wir na ganz ausziehen wir sollten vielleicht einfach mal gucken dass wir uns ein zweites set klamotten kraften haben wir ein zweites set klamotten ist hier schon vorhanden ja den schrank da oben den vergesse ich immer weil ich hätte ja lieber meinen eigenen schrank damit ich weiß was ich hab okay ist so dein schrank ich tue mal meine klamotten raus und zelt mitnehmen und gehst wo ich vielleicht hier lassen ja ja dann nimm dir doch auch ein set raus und du dein altes hier mit rein dann so standard sachen was brauchen wir was zu trinken haben wir ja fernglas vielleicht sogar ein zweites ich habe ein fernglas dabei was tue ich denn noch ich hab die knarre mal weg getan die brauchen wir eh nicht wir wollen ja niemanden tamen den rest behalte ich das kann man sich auch wieder kräften zur not obwohl die brandpfeile tue ich vielleicht noch weg ja die brandpfeile tue ich noch weg so die anderen pfeile behalte ich mal die armbrust bin ich auch mit der drache bitte drüber lachen über deine brandpfeile hat der zahnstocher mit was habe ich geschmack also diese alpha der ich hatte doch habe ich noch gar nicht erzählt ich hatte ja wir haben ja beim letzten mal wo wir dadurch die wüste nach dem sandwurm haben wir den drachen gesehen habe ich noch nicht in der aufnahme gesehen und zudem bin ich vorhin also vorhin was heißt vorhin beim letzten mal zwischen den folgen wieder geflogen um mal nach dem golem zu gucken und da habe ich unter anderem die elektroschocker und so rausgeholt und dieser drache war ein alpha drache wo ich dann so näher ran bin und dann dachte ich teste ich doch mal wie schnell der tappet java ist der hatte nur 220 oder so speed naja ich konnte den drachen auf jeden fall nicht abschütteln der war wir waren so ziemlich gleich schnell also oder ich weiß nicht zumindest hat mich nicht überholt was soll denn das zu sagen was das ist das ist das knie hier der hat mich auf jeden fall nicht überholt und hat mich auf jeden fall dann hat er uns platt gemacht so darum war der tapet java dann weg und dann habe ich den eifer drachen platt gemacht also der tapet java platt gemacht mich aber nicht platt gemacht ich habe den drachen dann schneller platt gemacht und zwar habe ich den mit der pistole betäubt ich glaube mit drei schuss es war halt ein level was weiß ich ein ganz niedriger alpha was für level haben die drachen denn mindestens gibt es da auch level 1 drachen ne ich glaube nicht der alpha drache war glaube ich level 17 oder so also ich weiß nicht wie gesagt ist ja dedizierter server die haben immer wieder wenn ich den server hier starte wie gerade vor der Aufnahme sind ja wieder low level komischerweise ich kenne mich damit gespielt im dynamik nicht aus ob man das irgendwo einstellen kann aber ist mir auch wurscht jedenfalls der alpha drache war level 7 oder level 17 ich weiß es nicht den konnte ich mit drei schüssen konnte ich den betonen der terror ist der kleine hilfe der lustmolch der terror ist ja ich muss immer hier das wollte ich schon immer mal von hinten schützen ja gut alles klar war ich schon mal eben mit dem tapet java von da oben runter und wenn du hier dann komme ich mit dem dicken so dass ich mich an den rand kommen mache ich dazu steigen sie auf ich habe ein flug ich habe mit dem tier das sieht ja aus könnte sich greifen von ganz oben fallen lassen kann ich mit dem rumgleiten wo bewegungsgeschwindigkeit ist 317 ich habe gesagt 350 zelt vergessen und zählt ja ein zählt durch das kaputt mitnehmen brauchen wir zum reparieren auch gott sei denn jeder wir haben ich habe ich das habe ich das gerade erwähnt ich habe bei den drachen eine kleine hütte gebaut mit bett das heißt also direkt in der drachen schlucht falls wieder sterben kann man da direkt wieder spawnen wozu das öldingen mit dem öldingen mitnehmen die ölpumpe als wir irgendwas sehen wo wir das versetzen können kannst du reinpacken ich habe ja irgendwie gerade einen komischen bug das zählt hat sich jetzt so häufig repariert das verbraucht so viel materialien zum reparieren oder hatte nimm dir ist kurium ach so genau ich nehme mal salz mit wir brauchen das salz die drachenmilch wenn wir jetzt ach so die drachenmilch holen noch überhaupt kein drachen wir haben ja überhaupt keinen drachen egal ich nehme trotzdem salz mit jedenfalls wenn man später drachenmilch holen es braucht mal salz weil er die hält ja nur acht minuten im inventar obwohl im tier hält eine halbe stunde aber dann mit salz halt das doch soll man das salz nicht direkt ins tier tun ja das auch je nachdem wie viel wir haben ich tue jetzt mal was hier in den tapajera so also bist du so weit ausgerüstet ich schon ach jo also das zelt zu reparieren braucht jede menge materialien wieso sitzt du jetzt ja ich bin los du hast gesagt wir sind soweit dass du dort noch irgendwas am naschen bist gar nicht so nix für ich dachte wir fliegen zusammen auf das ist die frage mach mal das denn eigentlich müssen wir mit zwei fliegen hast du schon recht obwohl er nie wir versuchen es jetzt wir versuchen eigentlich nur eine die weil wir können wir mal den plan ja also eigentlich müsste einer die drachen ablenken der anderen eiklauen und dann stoff geben aber wir können es auch so machen ich ich setze dich ab du klaust ein Ei und wir geben stoff also fliegen wir mit einem ja wir fliegen jetzt mit einem wenn er drauf geht dann hat's pech dann müssen wir den dann müssen wir die anderen eigentlich ich gesehen guck mal jetzt sind sie hier die tapajeras ja cool denn für eine farbe cool aus obwohl es natürlich noch cooler wenn die im schwarm fliegen grünen orange ich weiß nicht ob das so trompfe aber ist da hinten war ein weißer orange wäre das schön aus so müssen wir weiter ja ich weiß nicht wählerisch hier mit dem der ist einfach das ist einfach tor ich hätte noch halk nennen können weil er so grün ist aber ich dachte tor fängt mit t an halt wie tapajeras halk wäre auch sehr geil gewesen weil er echt so durchgehend grün ist irgendwie dass wir dann in so einem farbtopf gefallen wäre aber wie schnell jetzt ist mit 315 speed ne go wie schnell wir vorankommen ich guck gerade mal gesundheit hat der 1800 ausdauer 1400 so dass ein skelett wie war das normal sein für man sind bei skelette oder nur er in der muss man auch da in der sie immer bis hier an einem schweifel da kommt der kummer level 5 direkt platt was wollte ich jetzt sagen du hast mich jetzt ich wollte gerade irgendwas erzählt haben ich würde mal kurz nach dem steingolem gucken wenn wir schon auf dem weg sind was sagt die map ich will genau in die falsche richtung also die steingolem ist hier aber der kleine trocken lehm pupper genau wer ist denn hier au nein ich ach na super ich habe gizmo naja gut gizmo muss immer daran glauben das ist wie in star trek der mit dem roten t shirt der stürte mal als erstes sagt jetzt nicht klar gut nicht mal ein lacher denn doch ich wollte doch gizmo absetzen nein ich habe ihn wieder dabei ich muss meinen timmy denken habe ich mir zwischen den folgen extra wieder so kann man extra besonders müde dass der überlebt wenn wir sterben hauptsache der überlebt hast ja dem mal so einen schönen rüstungshelm aufgesetzt damit er müssen länger überlebt habe ich gar nicht das ist auch noch sag mal wie ich noch mal was hat dieser steinfresser aus das labyrinth level 66 guck mal guck mal was er das intus hat 2000 chitin 400 leder ansonsten nix tolles schade kein sandwurm hohen progela seite da fliegt die schlange ja gut aber der ist schon gut hochgelaufen aus der fleisch für den tappet nö brauchen wir nicht was soll da drauf hier wohl ok jetzt werfe ich die schlinge an deinen eigenen vogel und wir fallen runter das wäre nicht so gut was ist das denn da oben was war das denn das sah aus wie ein geschoss airdrop die airdrops die haben mich auch so häufig irritiert wo ich immer dachte was kommt denn da was ist denn jetzt und so und ach airdrop ja was haben wir denn heute vor haben wir darüber schon gesprochen genau wir haben jetzt spontan gesagt ein halbesorgen und dann darfst du immer rumflitzen und erstmal die milch besorgen können aber ja wir testen uns mal heran an die sache du ziehst komplett durch eibesorgen ist auch total clever aber vor allem zwei leute wär gut ne einer der den ablenkt ja es ist jetzt halt eine kleine kamikaze aktion ach ich überleite das ich bin gespannt weil die schwarzen klamotten eh leidt ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist aber na gut ich weiß äh ja also naja wie man es so kennt wir gehen hier immer ein wenig unüberlegt an die sache ran oder so und vorbereitet so erstmal die hitze die haut jetzt ordentlich rein wir suchen erstmal unter schlupf du hast gesagt du hast eine hütte gebaut die will ich gerne mal sehen ja von innen ja 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 die ist aber von hier aus gesehen hinter der drachenschlucht ok komm da gleich hin sind gleich da ja jedenfalls ähm ich weiß nicht um so einen drachen zu milch anzuzapfen rechts ist ein drachen ne auf 16 uhr müssten wir den ja eigentlich fangen ich hoffe mal eben ob es ein weibchen ist welches level fick nochmal hin dann müsste man den zumindest killen oh es sieht irgendwie bitter aus sowas wie alpha würde ich sagen aber ich sehe nichts es steht nichts dran ah warte jetzt kommt was männlicher blitz wie von level 7 männlich also weg hm na gut ich war ja schon ganz schön nah dran ja ich weiß nicht ob man wirklich so nah dran ist oder ob das einem nur so vorkommt weil die so riesig sind ja so jetzt sind wir gleich da na gut so heiß ist es noch nicht ne es geht es gibt einen steingohle mit mit locken die gehen aber durch soweit ich das gelesen habe können die durch drachenangriffe kaputt gehen das ist das einzige das ist doch gut dann haben sich die beschäftigt dachte ich links unten ist ein drache ne nur damit du Bescheid weißt das sieht echt so nah aus da ist die Hütte guck ah ja in die Wüst gemütlich ach guck mal hier ist noch eine Flasche und Zeug im Schrank ach hör mal ich hab gar nichts zu essen dabei ernsthaft ja zu trinken hab ich alles eingepackt aber da guck mal im Schrank hab ich dir was reingepackt und hier damit es nicht so schnell vergammelt okidoki so ich tue mal meine Sachen hier rein die brauche ich nämlich jetzt gerade eh nicht du hast aber dabei ne was theoretisch ne Waffe zum Betäuben oder so ja ja auch 50 Pfeile dann noch ja zu trinken zu essen von dir gut also komplettes Set hab ich dabei ok ja komm solange es hell ist mach mal riskieren wir es ja ich hänge in der Tür fest ok ja ich bring dich jetzt an ein Ei und du äh steigst ja genau allerlieber als ich jetzt sitz ok da seh ich schon mal Drachen ich guck mal an manchen Stellen so jeder Zuschauer der jetzt noch mal auf Toilette muss sollte jetzt Pause machen ja 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 die sind hier aber auch überall ne wenn ich hier grad so guck was mache ja warte was hab ich gehört die Drachen da erstmal weglocken na das geht auch nicht wirklich ne ja das geht halt wenn einer den Köder spielt und einen schnellen boah ist nicht viel einen schnellen Luke wie hat kann es sein dass jetzt auch mehr Drachen da sind wo wir auch mehr Interpretergeras rumfliegen haben ne guck mal ist da drüben ein Ei drinne da ist ein Ei drinne ne weiß ich seh da keins drin aber du musst die Sichtweite auch helfen ja da ist ein ein Feuerdrachenei drin ich kann leider nicht mal Außenansichten machen ich guck nochmal kurz weiter ja also da ist schon mal ein Ei das ist sogar sehr weit oben eigentlich äh wenn die jetzt nicht so nah wären würde ich sofort dahin fliegen ich guck mal wie es hier aussieht seh ich hier irgendwo einen Drachen uuuhh geht doch unsinnig bei bei ok komm wir riskieren es wir nehmen direkt das Erstbeste uh oh gut das ist hier nur ganz kleine Legs ne wir nehmen nicht das Erstbeste weil jetzt ist da genau ein Drache drüber ok ich war mir nicht sicher ob du das meinst weil ich seh da nämlich kein Ei aber scheiß so weit weg was mit deiner Ausdauer? die ist noch fast oben ok wieso ist da jetzt ein ach warte mal wir schauen mal weiter mal die scheinen sich hier reichlich vermehrt zu haben ist auch keine kleine Höhle wo man mal im Rhein-Haut abhauen kann oder so oh ich glaube der wird zu böser werden oder ja siehst du den nicht wirklich kann ich nach hinten gucken ich kann nur noch vorne gucken weil sollte ich mich mal hinten hinsetzen ist besser für dich ne ja das wäre besser das kann einen weiteren Achtung hauen ok wir holen ab oh wir holen ab und ich kann nicht mal nach hinten gucken ja das ist nicht so gut ne ja ok wir holen ab ich kann auch nicht nach hinten und er ist um uns noch auf den Fersen aber wir hängen ihn ab oh nein wir hängen ihn nicht ab doch er haut ab er geht zurück aber fliegt nach rechts weiter der Wand entlang genau der Drache zieht jetzt seine Kreise über die Wüste ok so mein lieber Herr Gesangsverein es ist gerade sehr heiß ne ja stimmt oh ich hab nur noch halbe Energie fahr mal bitte zur Hütte oder so fahren fliegen Drache ist weit genug weg jetzt unter der Hälfte gar nicht drauf geachtet oder mit gerechnet Ernsthaft wieso ist bei dir bei mir ist die Energie ach ich hab meine Resistenz hochgelevelt wie hoch? auf Entschuldigung mach du ö 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 weißt du das ja gute frage wenn die uns richtig treffen halt mal ein schuss gar nichts aus der freundlichen auch getroffen ist ja aber der hat und der hat uns nur so ein bisschen angeditscht klamotten sind ganz leicht angeschlagen da meine zum glück nicht saßt du vorne oder hinten von komisch das ist ja komisch aber ich habe meine gesundheit der hochgelebt auf 350 ich bin ja auch ein bisschen ich bin ja jetzt während ich die tiere hochgelevelt habe blieb es ja nicht aus dass ich auch ein bisschen höher gestiegen bin ich bin jetzt auf 96 und habe noch 1600 m gun punkte ich weiß gar nicht was ich damit soll ich kann aber da können wir mal jetzt die high-end dinger raketengeschütz könnten wir bauen und hierhin stellen das wäre so eine sache und dann wenn die uns angreifen dann und einmal so einstellen dass irgendwelche tiere die sachen sammeln also irgendwas liegt und wie dann auch mit tierinnen und sammeln das auf meinen minigun geschützt raketengeschütz könnte ich jetzt alles bauen eine nachtsicht brille könnte ich jetzt auch bauen klimagerät an mir brauchen wir strom obwohl hier so ein ventilator dingen hier aufzubauen wie sieht es aus bist du wieder fit oder was noch nicht ganz was was das kann aber nicht sein ist mal was dann geht es schneller wenn du voll voller energie volles ich meine ja ich bin voll jetzt bist du voll jetzt sitze ich hinten drauf bitte rücken an rücken ok ok